Jetzt respawnt der Vogel und bombardiert uns mit dem beider Tod. Stimmt. Das wäre ganz schön frech. Richtig dreist, aber er hat mich nur einmal getroffen gerade. Nein, mich dreimal. Das war ein größeres Opfer da gelassen. Oh, hier liegt richtig viel Schrott. Er hat mich für das Team geopfert. Na, du bist ja nicht gestorben, oder? Doch, aber wenn du Schaden nimmst, nennt man das dann auch ein Opfer? Ja, theoretisch schon. Ja klar, Blutopfer oder so. Stimmt. Muss ja nicht sterben. Stimmt. Aber da hast du theoretisch nicht dich geopfert, sondern nur dein Blut. Ja, genau. Oh, hier ist richtig viel Schrott, sehr gut. Also, das heißt richtig viel, 6, aber... Ja, besser als Cuts. Hm, touché. 6 ist größer als 0. Ich hab immer da aufgepasst. Erkenntnis des Tages. Das war auch bei Futurama. Kennst du das, wo diese Gehirne so das Wissen des Universums haben? Ja. Ja. Und dann 7 ist größer als 3. So eine dieser Informationen. Und dann, okay, wir haben alle Informationen gesammelt. Hä? Wie viel? Allein das Mathematische müssen sie doch unendlich sammeln. Ja. 7 ist größer als 3. Genial. Das ist so... Stumpe Humor ist immer so schön, ne? Ja, Futurama, ey. Richtig genial. Ich finde hier einfach kein Eisen. Aber dafür Schrott. Aber wir sollten die Zeit auskosten, solange der Hai nicht da ist. Ja, stimmt. In der Umgebung unseres Flosses zu sammeln. Hier habe ich, glaube ich, alles abgegrast. Da ist noch Toren. Auch den können wir mittlerweile liegen lassen, ne? Ja, halt, würde ich auch sagen. Ohne noch eine vierte Schmelze bauen. Ja, rein theoretisch könnten wir das echt machen. Ja, also ich habe sogar überlegt, wir machen so eine ganze Reihe irgendwie, dass wir, wenn wir dann schmelzen, auch immer dann in großen Schwulen, ne? Ja, eigentlich wäre das tatsächlich ganz geil. Weil Holz und so kommen wir ja jetzt mittlerweile hinterher. Was sind denn die Ziegel? Dreißt! Kräft der Hai gerade an? Nee. Zumindest höre ich nichts. Irgendwas bollert hier gerade unter Wasser. Keine Ahnung, was das ist. Da! Der Hai ist da. Doch, der Hai ist da. Alter, das ging aber schnell, oder? Der ist gerade durch den Sand gekommen. Wollen wir direkt nochmal töten? Hm? Er hat mich nicht einmal getroffen. Hahaha. Junge, der macht immer so einen Charge, what the fuck? Ja. Kann sein, dass er das extra macht, wenn man ihm hinterher schwimmt, dass man ihn nicht so leicht tötet? Weiß ich nicht. Aber er trifft mich nicht. Nie. Ich habe mich nicht einmal getroffen. Ich glaube, das ist zu flach hier gerade. Kann das sein? Mich hat auch gerade nicht getroffen. Dass er Buggy ist dann? Ist das Buggy using? Ne, jetzt hat er dich, oder? Ne. Ne. Also, er war da genau so, wie er normalerweise in einem drin ist und wer auch Schaden macht, aber er hat einfach keinen Schaden bei mir gemacht. Hm, bei mir auch nicht. Geh mal kurz hier aufs Los. Ah, jetzt hab ihn. Hahaha. Geil. Hahaha. So kann man das Problem mit dem Hai natürlich auch lösen. Angriff ist die beste Verteidigung. Oh, ne. Hahaha. So. Hier unter dem Floß direkt. Da guckt man am seltensten nach. Aber hier ist glaube ich jetzt mittlerweile alles abgedeckt. Ist das denn Stein? Ja. Ne. Stein auf gar keinen Fall. Hier ist noch ein bisschen Müll. Das nehme ich nochmal mit. Aber ansonsten. Eigentlich hätte ich gern Eisen, aber das Eisen hat glaube ich keinen Bock auf mich. Nice Schrott. Noch mehr Schrott. Und da hinten ist noch Ton. Ich weiß nicht, ich kann einfach nicht anders als Ton und dann trotzdem mitzunehmen. Ja, ich weiß. Ich nehme es dann nicht mehr mit, wenn die Kiste voll ist. So. Hier unter vielleicht? Ne, ne. So. Nun gut. Der Vogel kommt noch nicht wieder, ne? Ne, Gott sei Dank nicht. Ja. Ja. Schwer ich mich wenig. Auf jeden Fall nicht. Sondern. Da mache ich eher ein Fass auf. Hä? Jetzt wirst du gepfst. Ja. Lass mich düstgen auch reißen. Ne. Wollen wir übrigens mal das Lama fangen? Aber da müssen wir uns vorher ein Gehege bauen, ne? Mhm. Und wir haben bisher nur einen Schmutz. Aber hier ist bestimmt eine Höhle irgendwo. Aber kann man das nicht trotzdem hinstellen? Nur es gibt dann halt erstmal keine Ressourcen? Ja, kann man. Aber wenn wir das machen, dann wollen wir ja natürlich Wolle haben, oder? Ja, na klar. Aber ich meine, dann haben wir es wenigstens erstmal. Ja. Den Schmutz können wir dann auch noch auf der nächsten Insel finden. So weißt du, was ich meine? Ja. Wir müssen es allerdings einzäunen. Sonst, äh... Wir sind manchmal ein bisschen... Oh, jetzt springt das vom Boden runter. Ja. Wir sind manchmal ein bisschen unklug. Ähm. Und wir haben nur einen Schuss. Wir haben dann so einen Netzwerfer, ne? Die packen wir dann in unsere... Ja, das Ding craft... Das Zeug, da crafte ich jetzt erstmal. Würde ich sagen. Mhm. Und ich hab schon wieder tatsächlich Paranoia. Ja, ich mach gleich wieder Aufnahme, beenden und weiter geht's. Mhm. Und zwar jetzt. Moment. So. Sehr gut. Ach, das ist das Geräusch gewesen. Wenn du hier die Truhen aufmachst, unter Wasser, dann klingt das, als ob der Hai angreift. Also wenn man gerade unter Wasser ist. So, Schrott. Haben wir wieder ein bisschen. Sehr gut. Ich muss mir nur ein Speer machen. Ich mach das gleich im Agen. Metallbolzen, Seil. Lang. Äh, ich hab hier noch eine Coconut. Und Schimmerzeugs. Silberalgen. Ey, die Wassermelone ist neckig. Äh, ich hab hier einen Schrotthaken. Einen kompletten. Hab ich den gefunden in der Kiste? Weil den hab ich nicht hergestellt. Das ist ja geil. Ähm, okay. Ich mach mir mal... Wo ist denn das Ding? Wahrscheinlich bei Waffen, ne? Netzwerfer. Schrott. Kunststoff. Metallbaren Bolzen. Kunststoff. Schrott. Metallbaren Bolzen. Zack. Und ein Netzkanister. Da brauchen wir das explosive Pulver. Ah, hier brauchen wir Steinen. Vier Steine. Außerdem Seile. Und explosives Pulver müsste hier sein, ne? Wo hast du das reingetan? Äh, bei dem Metall und so. Nice. Zack. Okay. Wollen wir auf Lama Jagd gehen? Ja, Sekunde. Ich leg noch einmal Glibber nach. Hm. Halt. Halt. Nein. Wir sollten erstmal was bauen, dass der nicht abhaut. Stimmt. Ähm. Und zwar hier so provisorisch. Ich mach mal hier ganz hinten, ne? Ja. Und dann... Wände. Die halben Wände. Die sollten reichen, ne? Äh, ich hab keine Ahnung. Theoretisch diese grünen. Die sehen irgendwie passend aus. Und die kosten nur ein Holz, aber dafür zwei Blätter. Das finde ich einen fairen Deal. Ähm, dann mach ich mal. Was ist denn hier die Mitte hier? Heißt das wirklich die Mitte? Eins, zwei. Eins, zwei. Ach, stimmt. Wir haben jetzt zwei Felder in der Mitte. Ähm. Kann man auch hier so ne Tür machen? Ja. Plankenzaun. Red Door. So rum. Ach, zwei Nägel. Verdammt. Ach, zwei Nägel. Hätte ich jetzt gar nicht da hinlaufen müssen. Egal. So. Und... Zack. Oh Mann. Das Arme. Da so eingepfercht in so nem Ding. Aber gut. Hauptsache wir haben's erst mal. Äh, ich roll mal das ganze Zeug weg. Das hier rein. Die Seidel hier hin. Plastik. Da. Stein. Da. So. Okay. Dann würde ich sagen, Lama Jagd, wa? Oh nein. Ich hab Salzwasser getrunken. Ich Idiot. Nerrisch war das. Eine Naretai. So. Hä? So. So. Wo bist du? Ah, noch auf dem Floß. Oh, ih. So unter Wasser so ne Kartoffel essen. So mit dem ganzen Salzwasser. Oh, draußen macht jemand Essen. Verdammt. Das ist, äh, nicht gerade förderlich für meinen Hunger. Direkt nach der Arbeit haben wir ja angefangen. Da hab ich noch nichts gegessen. So wie du. Willst du lieber schießen? Hähäähä. Haha. Ich hab Angst da neben zu schießen. Ah, steht. Nice! Haha. Haustier umchen. Wie nennen wir es denn? Muss hier irgendwas mit L sein. ludwig louis keine ahnung scheiße ich war gemutet verdammt ich rede die ganze zeit ist es ein lama oder alpaka können wir gleich mal gucken ich glaube in lama und können wir jetzt eine schere machen und können schon einmal scheren nein du kommst schön hier mach zu das tor ich weiß es nicht das steht da nicht ob das in lagen ja doch doch das was soll das steht doch nicht mehr weil ich meine das steht dass meine schere brauchen ich kann ja mal kurz online gucken was es ist ja lama mit doppel l aber ich habe wolle dann forsch ich mal eben ja auf jeden und wie nennen wir ihn da ist ja der rucksack keine rucksack gräber l irgendwas mit l vielleicht ist das noch ein weibchen dann nenn es ludmüller miller mit doppel l miller das lila mein ludmüller oder ludmüller mit doppel l oder mit einem oder keine ahnung henry wicker miller heißt jetzt doppel l das steht da sowieso nicht ich mach die schere mal ins metallfach hinten äh ach doch steht süß da steht dann dann an diesem an dieser hals dingens mann das sieht übelst aus als ob das vollstörend wäre für das lama dieses seil da so ein kratziges seil mit so einem brett dran naja was wollt ihr habt doch eine wolle shit wir brauchen nur noch einmal schmutz dann hätten wir eine kleine wiese auf jeden fall schon mal ja das sollten wir euch tatsächlich holen weil sonst produziert er halt keine weitere wolle für uns hast du eine schaufel nee wir hatten mal eine aber die ist mittlerweile verschütt war ich glaube die die wir hatten die ist im regen ja also dass die metall waren bolzenplanke gut dann mache ich uns mal eine schaufel und holen uns schmutz war ja hoffen wir dass wir da irgendwo was finden tack dann schmeiße ich den bolzen hier wieder rein und wir haben kein eisen mehr ja ich gehe dann mal auf die insel und suche mal nach einer höhle nach schmutz auch schmutz was sie seit schmutz übersetzt haben wahrscheinlich ist es doch einfach dirt oder nicht ist da die passendere übersetzung nicht erde was ist was ist die passendere übersetzung für dirt nicht erde hier ist schmutz ja eigentlich ja was solls oh hier sind solche riesigen pilze höhlenpilz oh die haben wir auch gekochen nice wahrscheinlich auch wieder was man nicht anbauen kann und selten ist weil höhen gibt es ja nicht überall ja nice sechs schmutz das sind drei ja das sind drei dinger drei wiesen noch einen schmutz und dann hätten wir sogar vier oder das wäre natürlich geil dann hätte er sein komplettes gehege nämlich schon vor sein komplettes gehege oh man diese vier felder echt ist das nur einmal eins oder wiese ja genau also ich glaube ja ich bin mir sogar ziemlich sicher aber hier ist nur eine höhle leider aber immerhin aber ein bisschen was abfahren können aber was ich immer noch gerne hätte wäre eisen nach wie vor deswegen gehe ich mal auf die komplett andere seite der insel und schaue mal ob es da vielleicht was hübsches zu buddeln gibt du das warst du schon ganz oben auf dem auf dem berg da habe ich eine kiste gefunden ok da muss ich das nochmal machen hier ist noch ein mango baum eigentlich ist das gar nicht so gut dass ich das gerade mache dann ist es mein Inventar gleich wieder voll so das ist ja nicht bescheuert wenn ich da jetzt hingehe mit vollem Inventar oder kann ich irgendwas übereinander packen ja die Wassermelonen kann ich auch snacken ok ich mache das anders ich gehe auf die insel hier fälle die unten noch diese letzten bäume und komme dann erstmal zurück und hole dann Eisen nice hier ist sogar noch Platz sehr gut ich weiß gar nicht ob sich das lohnt dieses bäume fällen ich kann ja mal gucken wie lange ich da rauskrieg oh das Lama ist richtig traurig sollst du in den Kopf hängen ja das ist was ich meine haben wir den Schmutz schon hier am Straß nee nee ja ja warte ich komme sofort zurück sieht übelst traurig aus was brauchen wir denn für eine Wiese zwei Schmutz zwei Wiesen da rein oder ich würde sagen wir machen gleich maximal also alles sofort umwandeln hier ist noch eine Höhle oder ist das die gleiche nur von der anderen Seite ja ne ich glaube ja ja gut hab ich mir schon fast gedacht gut